Hi! Um mit dem Trinken aufzuhören, braucht es mehr als Disziplin. Es braucht mehr als pure Willenskraft. Markus kann davon ein Lied singen. Markus ist jetzt seit rund eineinhalb Jahren nüchtern. Davor war er es aber schon einmal und zwar mehrere Monate sogar. Durch Sport und durch Disziplin, durch Härte sich selbst gegenüber. Aber um wirklich nüchtern zu werden, auch im Kopf, braucht es eben mehr als das. Was? Das erzählt er dir jetzt. Ich bin der Markus, bin 52 Jahre alt, wohne und lebe und arbeite in Burghausen. Und bin im IT-Business, also habe einen Geschäftsführer eines kleinen IT-Unternehmens. Wie hast du getrunken? Im Lauf meines Alters zunehmend mehr. Bei mir war es lange Zeit der Weißwein, der jeden Abend dabei war. Und erst zum Schluss wurden es dann auch zunehmend, also zum Schluss war es dann auch harte, wie sagt man, harter Alkohol und auch morgens. Also das war so das Ende der Fahnenstange. Wann ist dir dein Alkoholproblem bewusst geworden? Also ich sage mal, es ist so seit zehn Jahren, dass ich sagte, Alkohol ist ein größeres Thema mit sehr regelmäßigen Weinkonsum. Im Lauf der Zeit kommt man natürlich auf das Thema an sich. Man kommt dann irgendwann auf die Natterlichstüben, man kommt irgendwann, man setzt sich immer mit dem Thema auseinander. Was ist ein Alkoholiker? Wann ist der Konsum, den man hat, problematisch? Man weiß natürlich in dem Moment schon, in dem Moment, wo man sich die Fragen stellt, ist es wahrscheinlich schon ein Problem. Ich habe dann auch, glaube ich, wie viele, angefangen, mir Regeln aufzustellen, nur noch abends, an manchen Tagen nicht, zwischendrin mal eine Pause. Und habe dann irgendwann mal, das war 2019, 2020, da sind in meinem Leben dann auch einige Dinge passiert, die, wie soll ich sagen, mich aufwachen ließen. Und dann habe ich irgendwann schlossen, okay, ich muss aufhören. Und mein erster Versuch war halt ein Versuch, ich habe immer gesagt, ich kann sehr gut zu mir selbst eine mentale Sau sein. Also ich bin in der Lage, mich sehr stark zu disziplinieren und mir sehr strikt die Regeln aufzuerlegen und die auch durchzuziehen und durchzuhalten. So habe ich es dann eben auch probiert mit dem Alkoholentzug. Das hat über Monate geschafft. Ich bin jeden Tag beim Laufen gewesen, war unheimlich viel im Sport drin, habe mich einfach mit Disziplin durchgebissen. Ein Begriff, mit dem ich sehr viel anfangen konnte, war der funktionelle Alkoholiker. Also ich glaube, dass nur sehr wenige Menschen in meinem Umfeld erahnt, also die in meinem engen Umfeld natürlich schon. Aber ich glaube jetzt, ich war damals auch schon Leiter eines kleinen Unternehmens. Ich glaube nicht, dass die Mitarbeiter oder dass Freunde von mir auf die Idee gekommen wären, mich als Alkoholiker zu bezeichnen, weil ich das nach außen sehr runtergespielt habe. Also äußerlich war es nicht zu erkennen. Innerlich war es aber ganz anders. Also es war dann immer in der Früh, wenn man mal aufwacht, hat man natürlich, ich sage mal, vor 19, 11 alles nur, ich habe mich auf Schiene gemacht. Also man war eigentlich gar nicht wirklich wach, man war eigentlich gar nicht wirklich da. Und es gab dann eigentlich immer nur so die frühen Nachmittagsstunden, wo ich sage, da war ich klar und nüchtern und voll da und leistungsfähig. Und dann muss man jetzt ehrlich sagen, da war es dann wirklich schon, dass ab 16, 17 Uhr dann schon losging und man sagt, okay, da kann man schon mal ein Glas Wein trinken. Und das war auch nur so in der Anfangszeit, in der Schlusszeit war es wirklich so, dass ich sogar frühmorgens schon mir einen Stammbalschnaps gegönnt habe, um besser in den Tag reinzukommen. Jetzt mal ganz allgemein, das, wovor ich geflüchtet bin, war ein geringes Selbstwertgefühl. Ich bin heute froh, den Alkohol hinter mir zu haben, weil ich dadurch so viel lernen durfte. Ich weiß nicht, wie mein Leben wäre, wenn ich nicht gesoffen hätte und nicht damit hätte aufhören können, weil dadurch geht natürlich eine Reise los. Diese Reise ins Innere, die die einzige Chance war, um von diesem Zeug, von diesem Nervengift loszukommen, das ist eine extrem wertvolle Zeit gewesen und ich will die nicht missen. Aber wenn die Frage ist, wovor bist du weggelaufen? Ich glaube vor der Wahrnehmung, dass ich selbst nichts wert bin und selbst mit mir nicht klarkomme und ja, dass dieses Gefühl durch den Alkohol einfach wegmachen und ertränken kann. Wie hat der Alkohol dich verändert? Ein Aspekt ist sicherlich, man wird abwesender, weil man natürlich mit sich selbst und mit Alkohol und mit diesen Dingen beschäftigt ist. Man kann viele Zeiten andere gar nicht wahrnehmen, also das ist mir aufgefallen. Und ich habe bei mir natürlich bemerkt, dass ich im Laufe der Zeit unruhiger und sogar aggressiver werde. Also ich habe wirklich gemerkt, dass ich viel öfter in Streits reingehe, aber ohne einfach um das Streit des Willen. Also das ist heute auch noch so, aber es ist heute anders. Also heute versuche ich Grenzen zu setzen und Konflikte auch mal zu führen. Damals war das wirklich eine Aggression, ein Streit, ein innerer Konflikt, den ich mit mir hatte und den ich an irgendjemand anders ausgelassen habe. Und das hat mit dem Alkohol im Laufe der Zeit zugenommen. Was war deine krasseste Situation mit Alkohol? Das war ein sehr exzessiver Streit mit meiner Frau, der wirklich, ich kann so sagen, über Stunden ging und nur mit Schreien ging. Und ja, einfach nur noch völlig eskaliert ist. Und ja, wo, ich weiß nicht, wo ich dann, ich weiß nur, hinterher dann irgendwann mal im Auto gesessen bin und nur noch gedacht habe, was ist da jetzt passiert? Wer hat da gerade geschrien da drin? Also ich war mir selber so fremd. Ich habe nicht begreifen können, dass der, der gerade da drinnen war, dass ich das war und dass das noch irgendwie, ich habe das nicht mehr zusammengebracht. Und das war wirklich so ein, das war dann der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, und jetzt, wenn du jetzt weitermachst, wenn du jetzt weitersäufst, wenn du jetzt nichts änderst, dann. Ich habe damals schon viel über Alkohol und Alkoholiker gelesen und mir war relativ klar, alles, was jetzt kommt, es ist schon der pure Albtraum und das, was jetzt kommt, das will keiner mehr erleben. Und von da an war es auch gar kein, wie soll ich sagen, ich habe nicht entschieden, wirklich mit dem Zaufen aufzuhören, sondern das war dann irgendwie so eine innerliche Klarheit, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich jetzt weitermache, dann kann ich mich eigentlich auch an den nächsten Baum setzen. Wie bist du abstinent geworden? Ich wusste natürlich zu dem Zeitpunkt, mit Disziplin geht es nicht. Das hatte ich verstanden. Für mich war damals der wichtigste Vorgang eigentlich, in dem Moment, wo ich dieses Craving, diesen Saufdruck wieder spüre, einfach hinsetzen und die Reise nach innen machen. Ich habe dem keinen Namen gegeben, ich habe nicht gesagt, das ist jetzt Meditation oder Achtsamkeit oder irgendwie, sondern es war einfach so dieses, ich muss jetzt mit mir klarkommen, ich muss jetzt diese innere Auseinandersetzung machen. Und das ist eine Reise, die damals losging und die bis heute weitergeht. Das hört nicht auf. Es ist immer so blöd, wenn man sagt, das war einfach, weil wenn es einfach gewesen wäre, dann hätte einer von meinen Versuchen vorher ja auch schon geklappt. Es war alles andere als einfach, aber in dem Moment, wo ich für mich meinen Schlüssel gefunden hatte, nämlich dieses Reise nach innen, innere Einkehr, hör dir selber zu, lass die Gefühle zu. Was auch ein bisschen tiefer geht, als ich das jetzt sage, aber dieses Auseinandersetzen mit sich selber, in dem Moment, wo ich das gemacht habe, ist der Alkohol eigentlich immer weiter weggewandert. Und heute ist er kein Thema mehr. Was sind deine größten Aha-Erlebnisse? Wie soll ich sagen, es war am Anfang eine Phase, wo ich erst mal erschrocken bin und nicht glauben konnte, dass diese Gefühle überhaupt in mir sind. Also wenn ich sage, geringes Selbstwertgefühl, dann klingt das so, aber die Art und Weise, wie ich das mit mir selber ausgemacht habe, war schon ein sehr, sehr geringes Selbstwertgefühl, sage ich jetzt mal. Also ich habe mich selber als Dreck, als Abschaum, als das Letzte, ich habe einfach für mich selber, ich habe gemerkt, im Kopf ist das eine Wahrnehmung, die ich niemals zulassen würde, aber in mir drin ist die halt so. Das ist so eines der Themen, wo ich überlegt habe vor diesem Interview. Natürlich, wenn du mit dem Saufen aufhörst, dann hast du diese wundervollen Phasen, wo du in der Natur stehst. Ich weiß, einmal noch, Borkhausen am Wörrsee, du stehst da und denkst dir nur, das Leben ist einfach unglaublich geil. Es ist einfach nur schön, das alles zu spüren, das alles wieder. Das ist wirklich einer der unglaublichsten. Ich glaube, jeder, der mit dem Saufen aufgehört hat, hat diese Momente. Das ist unheimlich schön. Aber es gibt eben auch diesen zweiten Aspekt, wo ich sage, ich glaube, viele Leute, die heute mit mir umgehen und die mich früher mit mir umgegangen sind, die sagen, es ist heute nicht einfacher geworden. Also ich lasse nicht mehr alles zu. Ich bin immer noch sehr, also ich mag immer noch Harmonie sehr gern, so ist es nicht. Aber ich gehe auch mal in Konflikt rein, ich gehe auch mal in Streit rein. Ich halte das heute für wertvoll. Ich halte das heute für wertvoll, Unterschiede auch mal darzustellen und auch mal auszuhalten. Also ich habe mich in vielerlei Hinsicht, bin ich heute ein anderer Markus, als ich es vor fünf Jahren war. Und ich glaube, es gibt Leute in meinem Umfeld, die das nicht alle klasse finden. Das kann ich auch nachvollziehen. Aber für mich ist es natürlich, also mir ging es in meinem Leben noch nie so gut wie heute. Ich kann nicht, für mich ist es ein extrem wertvoller Weg. Und diese Reise ist unheimlich toll, hat aber natürlich auch zwei Seiten. Grundsätzlich, es fällt mir heute wirklich leicht, auf Alkohol zu verzichten. Ich habe auch, es ist immer wieder, mir ist es heute fast zuwider, weil wenn Freunde kommen oder sowas, da trinkt immer keiner Alkohol, da traut sich immer keiner, wo ich jetzt sage, es ist mir völlig egal. Also es lockt mich nicht oder reizt mich nicht, wenn jemand Wein in meiner Umgebung trinkt oder sowas, weil das völlig weg ist. Also es gibt so ganz kurze Momente, immer so im Sommer, wenn es ganz schön ist, wenn du irgendwo am See sitzt oder auf der Burg sitzt oder so, wo man denkt, boah, jetzt ein Glas Wein zur Entspannung, das wäre schön. Aber es ist, also vor allen Dingen auch, da muss ich sagen, da hast du einen großen Anteil dran. Mir ist immer klar, wo ich herkomme. Und dass ich da nie wieder hin zurück will. Und das, das ist dann, dann ist der Wunsch, ein Glas Wein zu trinken, auf einmal sehr, sehr lächerlich und sehr, sehr dumm. Also insofern, das passiert nicht mehr. Das sind so ganz kurze Impulse, aber die haben keine Chance mehr. Also insofern, mir fällt es heute sehr leicht, nüchtern zu sein. Wie lautet dein bester Tipp für alle, die aufhören wollen? Ich muss halt mal zulassen, dass ich nicht der tolle Hengst oder tolle Hecht bin und alles richtig mache, sondern dass Dinge in mir sind, die ich halt nicht so gerne sehe und nicht so gerne will. Und mit denen muss man dann reden und in den Dialog treten und versuchen, damit zurechtzukommen. Das war für mich der entscheidende Schritt. Also wirklich zuerst dieses nicht saufen, sondern mit sich selber in den Dialog treten stattdessen. Das ist, glaube ich, die Schlüsselhandlung in meinem Fall gewesen. Und dann eigentlich das aushalten, was danach kommt. Das wäre, das war mein Weg. Ob der für andere gut ist, muss jeder für sich selbst entscheiden. Gib Markus unbedingt einen Daumen hoch und abonniere gern diesen Kanal hier. Ich würde mich riesig freuen. Danke fürs Zuschauen und alles Liebe. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Amen.